In der ersten Reihe schaut mich jemand an. Wer ist das? Das ist Laura. Die hat ja irgendeinen Augen. Und wie gefällt es dir bis jetzt in unserer Klasse? Klassen sind alle gleich, oder? Erzähl mal was von dir. Was denn? Irgendetwas. Gibt nichts. Bist du verliebt? Ich muss irgendetwas machen. Jetzt sofort! Was macht die nur, dass ich mich so komisch fühle? Hey, wo warst du denn gestern? Ich hab dich angerufen. Irgendwas ist doch Miriam. Was denn? Du bist so anders. Hast du was, was ich nicht weiß? Ist das ein Geheimnis? Was machst du doch Wochenende? Was läuft denn da zwischen euch Miriam, ne? Zwischen dir und Laura.